Unten sehen wir dann noch die Winterstadt, können wir dann noch mal reingehen. Noch nicht mehr viel, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Jaja, lasst es mich doch mal wissen, was ihr so baut. Gerade jetzt vielleicht auch schon mal mein, was bezockt, alle diese, ach zieht die. Ein Creeper. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah ja, letzter Block. Ich hoffe in dem neuen Update ist das so, dass Creeper auch nicht mehr explodieren wenn ein Tag ist. Schön wärs ey. Ich glaube aber sowas wird es niemals geben. Creeper ist Creeper würde ich mal sagen. Ja. 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 Jetzt geht man mit dem Creeper im Morgen. Boah, tut das hier nach der Zeit auf den Ohren. Ja. 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 Vielleicht das hier links um so Stein. Wo ist der Klapp und dann zeigt er sich nicht. Gibt es nicht. Ja. Drum drinnen legen was mit Holz aus, ne? Würde ich sagen. Ja. 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 So wird das doch. Woa, 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 woa. Und hiermit beende ich wieder meine Folge, die eine Stunde ging. Wir konnten das Haus fertig kriegen, haben den Leuchtturm fast fertig. Ich bin begeistert und das nur dank euch. Ihr seid so toll, wir haben fast 100 Abonnenten. Ich hoffe ihr guckt meine Folgen und Dominiks Folgen weiterhin an. Also, bis zu meiner nächsten Stundenaufnahme. Haut rein.